Hi, mir ist was passiert, wo jeder denkt, hätte ich auch toll gefunden. Ich habe diese Noten in dieser Uhr gefunden. Auf dem Flohmarkt habe ich die gekauft. Diese, nicht einer, noch. Diese Kuckuckschuhe auf jeden Fall. Ich dachte, die wäre kaputt und ich wollte die reparieren. Und dann war das einfach nur drin. Und eine Zeitung, eine Zeitung. Äh, Moment. Germany, hilf mir.